So, wenn ich sehe 6 White Guns Reloaded halt, so, quasi 4 Levels kann man sich aussuchen so, jetzt Goldmine halt so, Part 2 oder halt was weiß ich immer so, kommt halt hier der eine der erste Gegner, klar, super jetzt kriegt man die Superwaffe, zack, direkt die Superwaffe kriegt man halt wenn der Grüne unten sich da die Leiste sich voll gefüllt hat halt und hier den anderen Gegner so, drrrrt macht der die ganze Zeit drrrrt so, auf und direkt, tschüss so, jetzt haut mein Gegner halt so, immer 3 3 Gegner am Level halt so jetzt kommt hier der Skorpion so, ich spinne Skorpion, ey hab ich schon eine Phobie der Gegner naja Skorpion halt ich sag, der fällt mich nur ein, ey lächer ich und schon wieder fried mich ein, ey aber 3 mal hintereinander funktioniert mit hup, hup, ja 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 der Skorpion, ey so, top kriegt man jetzt die nächste Waffe ah, hier die Waffe suchen wir, ey da gibt ja 2 neue Leute und eine neue Waffe oder so eine neue Waffe, richtig und hier der Elektrobeamer weil der ist so, mit so einem Lasso kann man immer immer die Gegner einfrieren halt so oben hab ich ihn noch irgendwann mal ja ja boah nicht die Erbsenknabe ja ab und zu kann man halt wenn man die Gegenstände woher rumfliegen abschießt kriegt man halt Waffen und so wie es eben gerade war halt die Erbsenknabe richtig, also eine Kackwaffe wo gar nichts bin damit kann man nichts abziehen keine Energie, nichts so egal, so hier war es der Skorpion halt von der Goldmine so